hey liebe leute und willkommen zurück modern warfare 3 für den pc es gab kann war es ging hier ein bisschen schneller durch los als erwartet deswegen sind wir gerade ein bisschen stressig die antwort ist scheiße ist aber nicht so schlimm willkommen zurück liebe leute ich bin der julian und alle sind dabei wie immer ja tot spielt doch gerade alleine ja ich wollte sagen ja kein problem was war das hier nochmal die liste der teams heute also darian ach so recht mal wir haben die namen jetzt gar nicht davon also tröntchen ist arian brachy ist christian ich 0 fox ist und kurs hero ist kevin und der tut ist der markt ich bin der andere der noch übrig geblieben ist alter wie lange habe ich den alter warum treffe ich nicht wie funktioniert dieses spiel noch mal ich spiele die letzten tage relativ für apex ich wollte gerade das leiden der funktioniert ja von allen seiten was soll ich denn machen gewinn ich dachte du wärst ein gegner der sich da versteckt hätte gegner der grad die bombe defused man kann ja mal vorkommen zweite runde in der erfolge tschüss ich 0 fox ich 0 fox man weiß was ich von dem namen weiß ich nicht ich auch nicht ich brauche ich habe oben bei den silos ach so ich dachte ich hätte dich gerade gekillt aber das war über mach den fertig mach den fertig den bastard alter richtig gut wo ist der noch einer die sind beide da das war das war immer noch nicht markt das war immer noch nicht markt mag ist immer noch jetzt die bombe ist kann er nicht alle tot das war mal da ja mach ich mach ich und das nächste mal bitte die raubbombe vorwerfen 3223 233 ich trinke noch einen energy 3 ist gerade schwarz jetzt nicht mehr ein arschloch ein bisschen neidisch ich wisch meins ab ich kann mich nicht bewegen drück einmal rechts drück ja mein mb3 will gerade nicht dann drück rechts einer kommt von hinten nicht wieder auf mich bitte ja mich gerade am spawnen mal bitte nicht töten super gemacht ich hätte das gerne gefixt dass ich mich nicht bewegen kann aufpassen Joe ja ich hab's gesehen einer ist an unserem spawn ich hab den schon gesehen aber der hat sich leider dahin gekämmt dahin gekämmt und dann rein also ich mein geh nicht hin jeder ist hin der muss doch defusion ja ich weiß aber von hinten kommt jemand von vorne der muss doch irgendwie aus dieser Zwick-Situation von hinten kam überhaupt niemand doch ja genau streichel mal die Bombe klopft klopft BOOM also das waren alle von dem Tod streichel so probier mir den ganzen Shit nochmal leg mir die Eier ah ja jetzt kann ich mich bewegen herrlich ja ich hab nichts geblendet boah ich bin so überhaupt nicht drin ey meine Klasse ist mal eine scheiße ne das liegt da mal weniger in der Klasse als mehr an dir shit oh mein Gott hä neiiiin wo ist der denn hä äh wir sehen uns beim nächsten mal wieder hähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähhmede Der Echo Fox ist halt am... Oh, ich legge. Ja, okay, dann liegst du also an Christian. Ja, das liegt, glaube ich, an mir. Ja, hör mal auf, Pornos runterzuladen. Mach Chrome zu. Chrome zieht halt wirklich. Wir willst viel nur, wenn es offen ist. Oh, Leute! Du sollst es nicht bei A platzieren, Alter. Ich kann euch da beruhigen, es liegt nicht... Ist nicht passiert. Damit hättest du nicht gerechnet. Ja, schau, wie der da rumläuft, mitten übers Feld. Kannst du da mal wegficken. So. Erstmal die Map irgendwie wieder, irgendwann, ja. Ja, erstmal die Map streichen von MP3. Ja, die Spiel mit ihm bitte. Erstmal die Map streicheln. Streicheln. Wie die Bombe. Wir haben die Bombe gesichert. Vorräte sind unterwegs. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Wo, 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 wo? Vom Spawn, keine Ahnung. Die Vorräte sind ins Wasser gefallen. Und das wäre ein Reap noch. Am Spawn ist einer. Ist doch hier, Black Ops 2. Nimm den Blackjack-Dings da und hack dir die Vorräte aus dem Wasser raus. Springer einfach hinterher. Ist das nicht Black Ops 2? Ich hab gerade gesagt, hörst du mir zu? Nein. Nimmst du das mal ein Maisman? Böööö. Oh, er leckt euch. Oh, hier, ich hab spawnen, ich hab spawnen, ich hab spawnen. Oh mein Gott. Oh, was ein Wunder. Oh mein Gott, was war das denn? Ist übrigens nur einer, ne? Spree-Hafen hinterher. Leute. Ausfahrteil, Ausfahrteil. Nur noch hinten. Ich weiß, den hatte True so ein Zimmer. Hä? Oh, was geht der Scheiß wieder los? Der Mythos, der ewige Call of Duty MW3-Mythos. Das ist wirklich mein Mythos. Nur beim Messern so. Leck mich mal. Das macht keinen Sinn. Ich würde sagen, dass das immer mal so machen, dass jeder seine Perspektive aufnimmt. Dann schneide ich die mal zusammen. Was ist? Bing, 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 bing. Wie gesagt, kann ja nächstes Mal einfach jeder seine Perspektive aufnimmt, dann schneide ich die zusammen, dann sieht man's. Dann können die Zuschauer das auch mal nachputzen. Eigentlich mal interessant zu sehen, ja. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Moine Meinung. Okay, einer ist bei B. Team Schaden ist an, ne? Ja. Einer bei denen am Spawn gescash? Neck mich, ey. Wolltest du dir nur beweisen? Ich hätt's dir auch geklauft. Bombay A. Rechte Seite geht vielleicht Richtung unser Spawn. Der ist nach links gerannt. Beide bei der Bombe. Beide bei der Bombe. Einer rechts. Warum sind die Bände nochmal Pappmaché? Einer rechts, einer links. Von unserem Spawn könnte. Einer rechts, einer links. Der Waffe trifft man ja schon mal viel. Einer ist hinten. Einer ist rechts. Der liegt links rum. An der Bombe. Rechts noch, genau da. Schieß. Ah. Der kann hier runterspringen und von hinten kommen. Den sinkt. Oh, sehr schön. Einfach gewartet. Und er war zurückgelaufen. Ja. Versuch's was wert. Ich hab die Lungwist ins Waffe. Er muss nachher rankommen. Marc? Steht das Angebot noch, mit dem es so rüberkommt? Ich hab die Lungwist. Ich hab die Lungwist. Das war nur ein Spaß. Keiner Spaß noch ran. Den kann man immer machen. einer geht hoch ich bin fast da ja oder auch die karte leute vor wie erschreckend schnell das ist bei den steinen da könnte einer sein ist keine ahnung wo der dritte messen vor allem der kommt dahinter dir überhaupt aufgenommen nein ich habe sie gesehen dass so lange nicht mehr gespielt ist so komisch haben wir glaube ich alle die jungs den hoch ja natürlich die scheiß beteiligt ist das poppe der eine ist übrigens aber unten in dem kleinen kapitäns häuschen weiter auf weiter war ja dann links wie ganz leute spotten als welchen battlefield er vor allem das spiel ist so schnell also kommt einer hoch zu dir direkt ja ja ich hast du schon mal einen sturmgewehr gesehen was nicht durch so eine wand kommt nicht durch eine dicke stahlwand ich wollte so eine massive stahlwand gewesen ich empfehle euch einen youtube-kanal der heißt demolition range schaut euch das mal an die kommt locker dadurch und das war sowas von locker so dicke wände da natürlich durch das das ist überhaupt nicht zu so einem stromgewehr dass in dem wader habe ich da gar nicht durch eine wand geschossen aber offen ich habe geschossen diskussion beendet halt's maul genau zu b scheinbar keiner unterwegs dort wie ist der hier wo mein gott was kommt der denn her bei A ist ne lüge oh wollte dich grad abschießen lol dann bist du runter ja nice man wo ist denn der letzte weise der war da oben du hast hier grad gesehen bei der rommel auf A der war ne dich mein ich nicht achso lol echt mal der war bei dem kamm hinten bei dem spawn gebild nein neun neun du hast du hast mich oder wenn ihr was seht sagt mir sofort bescheid ne mach ich das kürz ach ach keine ahnung wann forsch wagen boah ich muss meine maus als sie die sensitivität gleich runterdrehen ey das ist mir hier flott ich werde alt ich kann nicht mehr so schnell spielen mit kontrolle ich hoffe nicht dass der vorteil so groß ist wo ist der penner wie viele lieben eigentlich keine ahnung wo das ist keine ahnung ich hab hinten ganz sind wir die schüsse waren viel zu nah oder links 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 der war hat links weit links das heißt er ist rechts hat ich gerade gesehen gehabt richtig gesehen sehr gut danke gerne warum geht er da durch ich hab doch gesagt tunel tunel wenn ich gehörte links gehörte tunnel ist doch keine tunel ja bohr wer wird sind wie hülter ding denn hülle mach es doch besser du bist in tod gefallen mann ich bin nicht in deinem team ich bin nicht in deinem team ist in der kabine Ich hab doch gesagt in der Kabine Ach nachdem ist der Gegner callt am Spawn von denen In der Kajüte? Richtung B Ah ja, jetzt weiß ich was du Hast du gut abgelenkt Schön, dass ihr erst die Westen genommen habt, nachdem der Gegner gesagt hat, dass wir Westen haben Ja, sag das doch an, dann kann ich sie mir nehmen Er hat es angesagt, das ist das Traurige daran, ich hab's auch vergessen Ich hab's geschrieben, Ansagen wäre ja blöd Kannst du mal kurz in die Luft jagen, da will ich ne Waffe von dem aufheben, kann ich kriegen Ja, meine Loadouts sind auch Oh mein, oh ja, meine Loadouts sind auch komisch Am Spawn Ich hab ne Drohne Oh, du hast den Kopfschluss verpasst, wie kann ich seine Waffe nicht aufheben? Oh nein Oh nein Hinten bei den Silos, am Kamm Ja, rechts, genau So weit links jetzt auch nicht Ja Nein Ja Ja Auf B, einer Guck mal rechts Oh fuck Hab ich gerade schon Horrorspiel Sei bereit für die nächste Runde Miau Ah Wie viele Runden insgesamt spielt man? 12 Punkte Alles klar Also bis zu 93 Runden 23 23 Runden 23 Runden 23 Runden Warum? What the fuck? Wo kommst du denn her? Ich hab dich null gesehen im Berg Wo ich herkomme, da ist unser Spawn Ja ich weiß Aber in der Bergkulisse warst du sehr gut getan Einer oben bei B Ja, ich sehs Oh, weck sich die Waffe Warum weck sich die Waffe, Mann? Ob du doof bist Oh ja, ich mach das cool mit der Snippy 360 No Scope Snippy 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 Ich glaub wir müssen zum anderen Was ist passiert? Wie? Oh ne Jetzt fängt das an Oh mein Gott, schon ist der ja Ich glaub der letzte auch auf B Ich glaub der letzte auch auf A Ja, rechts hinten, dieser kleinen Hülle Oh, schade Oh, ich spiel ganz Vorne Waffen Jetzt hab ich dich nicht übersehen Doch, da hab ich dich schon übersehen Aber danach nicht übersehen Warum hab ich eigentlich ne Maske auf? Ja, das hab ich Das war nicht ich, wollte ich nur mal kurz achten Du sitzt immer noch am Spawn mit seiner Sliver Sorry Da machst du nix Da machst du nix Machst du nix Äh Nein Holy An unserem Spawn Ja Äh Ich bin gelaufen Rechts Unter dir Oder? Nein 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 Da unten im Scheiß Container Ich wollt mir die gegnerische Vorräte holen Wo die Wo die Ah fuck Die Headcraft da liegen noch die Vorräte glaub ich Von denen Ach, die Map ist so ekehaft offen Vielleicht waren das Fake Vorräte Nein, das war ein richtiger Nee Er saß davor, er wollte sich grad nehmen Und ich hab ihn getötet Aber ich hab nicht weiter gedacht, die aufzuheben Was war denn da drinnen? Was war denn da drinnen? Präzisionsluftschlag Oh Uff Also nichts Du hast nichts verpasst Ja, halt mal Kills mitmachen What? Oh, sorry Leider kein Kill Ja, natürlich Nice, nice Digga, sind wir bei Fortnite oder was, dass du springst? Oh, ich springe und schieb ich ja Der Einer ist auf dem Weg zur A noch Solange ich anfange zu bauen Oben bei den Seelos Kevin, hast du mich als erstes angeschossen? Ja Ich wurde auch von Dara und von Christan angeschossen Okay, nein, weil mich hat's dann erst verwirrt Und ich hab da sorry zu spät gereiht Ach so Deswegen auch je nach, die sind links Ja Wer ich auf einmal von hinten angeschossen Ja Ja Diese MGs sind ja schon krass, ne? Ja Ja, ich hab auf einmal leider ein Thermal-Visier Und das grad kacke Schön, dass ihr noch nachläuft Weil ich am Ende der Runde nachgenommen habe In der Kajüte Rechts aus der Kajüte raus No Abspawne Vielleicht Richtung B An unserem Spawn An unserem Spawn Nein Auf B, auf B Auf B Nein, 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 hau ab Der ist jetzt belastend Nicht mit der Wasserpistole Nicht mit der Wasserpistole Mach ne Ansage Auf B war der Der ist immer noch bei B Er ist immer noch bei B An Spawn? Nix Nix Nix, der sagt doch was früher, Mann! Und dann guckst du die ganze Zeit ins Wegenzoo Ich hab gerade ausgeguckt, da wo ich hingelaufen bin Kajü hat die Maske oben, ne? Bei dem liegt kein Strum Was? Ist die Maske oben, wird man dich loben Oh Gott Oh Gott Oh Gott Bei nem Kamm Laufen Richtung A Oh, was war das? Ach, deine Flash hat die Claymore in die Luft gejagt Oben, oben Oh lol, sorry Ne, das war nicht Ich weiß nicht, ob es deine Flash war Einer ist noch auf B Einer auf B Einer auf B Einer auf B Dicke Ja gekonnt, ne? Ich wurde bei A getötet Oh Gott Ah noo Ach, da kommen so von zwei Seiten die Penner Dich hab ich auch echt überhaupt nicht so schnell gesehen Weil ich gerade woanders hingeguckt habe Bums, eier Bums Was? Okay Headshot voll ins Knie Ja Aber mein, 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 naja, Long-Bistance-Kill mit der Shotgun war schon gut Hauptsache es funktioniert Liebe Zuschauer, ich möchte mich einmal an dieser Stelle entschuldigen für diese Aufnahme Wie lange ist es jetzt, dass wir gespielt haben? Drei Ja, trotzdem ist es schon echt kein Quality-Gameplay hier Ah, fick dich drin Danke Sorry Die sind ja an meine Perspektive gebunden Dinos Dinos, hinten, hinter uns Ja, ist halt keine gute Perspektive Spawnschu, bei uns im Spawn Oh mein Gott Ich hab ihn damit nicht gekillt, also alles gut Am Kamm, am Kamm Let's auf A Let's auf A Genau da Blendet wahrscheinlich B Soll er machen Nein, der Stein ist kein Gegen Die Pflanze auch Oh, da fährst du auch Oh, schön, schön Das war nice Das war nach vorne Hätte ich aber nicht gehabt, äh, hätte nicht funktioniert, wenn ich diese Waffe nicht aufgehoben hätte Meine Loadouts sind so scheiße Hast du dir selbst gemacht? Die Standard Loadouts, die funktionieren gut Nein, die nehmen wir nicht Die sind verbunden Ja Dumb Das Ziel verteidigen Mindestens einer auf B Keine Jüte, Zinos Keine Jüte Einer ist zu unlock, Bro Nein Shit Mit dem Raketen, wir auf meine letzte Runde, oder? Ja, ja, jetzt letzte Runde Verdammt Ich hab mal so auf gut Glück mal nachgeguckt, ob da jemand kommt Mein Gott Vor allem hätte er sich einfach mit selbst hochgejagt Oh mein Gott, nein Hau ab Verschwinde Im Spawn von denen Einer ist auf B Einer ist auf B Einer bei der Kajüte Ich hab... ich hab... Verpiss dich! Dummer Bastard Hinter dir, Schuhe Hinter dir Wo ist der? Yes Was? Ich dachte, ich stell mich extra darunter Mein Plan war es einfach, schnell die Bombe zu legen, damit ich den Stealth-Mobber kriege Ey, ich war hinter dem Stein Ja, da sind Steine von der Decke gestürzt durch den Aufteil Ja, so gut ist auch... Deine Mutter Leck mich GG Quality Gameplay Quality Gameplay, tschüss Ciao Tschüss